Ja, ist auf, auf. Das ist wahrscheinlich, haben Sie das Zement hier? Was heißt hier, das haben wir denn auch noch? Was haben wir denn hier? Im Alter und Andruck. Wir wissen doch, wie es aussieht. Nee, das wusste ich mir nicht. Ach. Hier ist es auch schön. Oh. Das ist fantastisch. Ja. 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 Komm mal sehen, ob er jetzt gleich acht schlägt. Ja. Ding-Dang-Ding-Dong, Ding-Dang-Dong, Dung-Dung-Dung-Dung-Dung-Dung-Dung-Dung-Dung-Dung. Die hast du jetzt zu Hause. Ja, die haben wir ja lange nicht mehr gehört. War das eine Asterix-Figur, die Frau mit dem grünen Gesicht? Guck mal, das ist ja toll, ne? Die warten jetzt alle auf das Schlagen. Dann stellen wir uns da hin und warten. Es ist ja zweit vor schon. Wir müssen ja so und so zur Busstation auf die andere Seite. Guck, und das ist diese schönen Lampen hier am Embankment, diese alten. Wollen wir eben rüber? Ja. So. Jetzt auch grün. So. Auch. Jogel. Ja, das muss man eben. Ah, ja.